Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal Unterverteilung Garage. Eins vorneweg, ich bin kein Elektriker. Bitte macht das nicht nach. Arbeiten an Elektrik ist lebensgefährlich. Und wenn ihr sowas macht, haltet bitte die 5 Grundregeln ein. Die blenden ich kurz ein. Und ich möchte euch heute nur zeigen, wie ich das jetzt gemacht habe. Wie gesagt, ich lasse da nochmal einen Elektriker drüber schauen. Aber ja, erstmal habe ich das alles selber gemacht. Und das ist ja umstritten, wenn irgendein Laie irgendwas bastelt. Aber ich habe mich jetzt wirklich schon intensiv mit der ganzen Elektrik befasst. Und wenn ihr ein Elektriker seid und seht einen Fehler, haut nicht negative Kommentare. Sondern sagt, ey, pass auf, du musst das und das noch ändern. Das ist okay. Das ist okay. Aber wenn ihr sagt, ey, hol lieber einen Profi. Lass die Scheiße sein. Und löscht das Video. Das könnt ihr vergessen, weil ich möchte euch nur zeigen, wie ich es gemacht habe. Und fangen wir mal an. Wo fange ich denn an? Genau. Erstmal das 5x6 Quadratkabel habe ich jetzt erstmal hier im Kanal sozusagen rein. Das habe ich schon in dem letzten Video gezeigt. Das verlinke ich mir da oben. Wie ich das Kabel hier schon hatte. Und das zeigt jetzt sozusagen eingemantelt nochmal in ein Schutzrohr. Ja, das sind vielleicht nicht die DIN-Klemmen, die man eigentlich nimmt. Die habe ich gerade da gehabt. Und die haben gepasst. Deswegen habe ich hier so gemacht. Basta. So, zusätzlich hat ein 16 Quadrat Erdungskabel drin gesetzt. Was unten an der Polizeiausgleichsschiene geht. Wie gesagt, in den letzten Video schon gezeigt. Und habe denn das Problem gehabt. Ja, ich hätte jetzt den Kasten hier weiter hochsetzen können. Hätte mir die Kabel vielleicht mit Ach und Krach hierher legen können. Und drin. Habe gesagt, nee, das ist nichts. Erstmal ist es nicht im Sichtbereich. Ich will ja einen Sichtbereich haben. Deswegen habe ich hier oben mit Vagoo reinklemmen gearbeitet. Habe mir sozusagen hier so eine Schiene eingesetzt. Da oben. Ich hole euch mal ran. Und dann zeige ich euch mal, wie es aussieht. Ja? Also die Kabel, die ich hier alle habe. Die waren ja alle hier sozusagen. Ja, so stümper und leidenhaft hier mit so einem Ding da oben zusammengedüdelt. Ja, ich habe es damals nicht besser gewusst. Mittlerweile bin ich auch schlauer geworden. Ich habe also in dieser Verteilerdose sozusagen hier so eine Schiene eingesetzt mit Abstandshalter. Und habe dann sozusagen hier die Vagoo klemmen. Das sind so eine spezielle Vagoo klemmen. Hier kann ich da mal ein Standbild machen. Die habe ich benutzt. Ja, die fand ich ganz cool. Wie gesagt, damit kann man schon Ordnung machen. Und habe dann eben meine einzelnen Kabel sozusagen hier angeklemmt. Und ihr seht aber hier drüben schon, da braucht ihr jetzt nicht meckern, dass ich hier zwei blaue habe. Den grünen Halk nachbestellt. Der kommt dann noch drin, bevor die Anlage in Betrieb gesetzt wird und der Elektriker sich das anguckt. Also hier haben wir das erste Kabel, zweite Kabel, dritte Kabel, vierte Kabel, fünfte Kabel. Hier unten sieht man noch ein bisschen. Hier kommt noch ein Erdkabel, was ich noch rausgezogen habe, was nach draußen geht. Zeige ich euch auch gleich noch. Und geht alles hier erstmal rein. Ja, hier kommt jetzt noch der Deckel drauf. Den habe ich auch zu liegen. Den muss ich auch noch ein bisschen anpassen. Den Deckel hier noch. Der kommt da drauf. Wird noch verklebt. Also dicht gemacht. Und dann gucken wir uns mal hier an. Hatte ich hier drin gemacht habe. Ganz schöner Fusch. So, jetzt haben wir noch offen. Jetzt könnt ihr euch mal angucken, wie ich das hier sozusagen gemacht habe. Hier oben sieht man sozusagen, das Hauptkabel reinkommt. Das kommt jetzt hier runter. Geht denn sozusagen auf meinen Klemmblock hier unter. Braune 1, schwarz 2, grau 3, dritte Phase. Ja, also braune 1, 2, 3, 0 Leiter und Schutzleiter. Der Schutzleiter geht auch gleich wieder hoch auf meine Klemmbrücke hier oben in dem Kasten, auf den Schutzleiter oben drauf. Der ist auch gekennzeichnet, ist der Schutzleiter hier oben. Und hier unten drunter ist der Neutralleiter. Dann habe ich gleichzeitig auch noch eine Brücke gebaut, immer. Braun, Phase 1, geht hier rauf auf die Überspannungsschutz. Schwarz geht dann auf den zweiten, braun, äh, und grau geht dann auf den dritten. Der blaue, den habe ich so ein bisschen nach hinten verlegt und ran, der geht dann hier oben auch noch rauf. Diesen Überspannungsschutz habe ich gebraucht bei eBay ersteigert. Der war richtig billig, nicht mal einen 5-Bag bezahlt. Das war so eine alte Anlage, die abgebaut wurde. Der war auch schon so vormontiert, unten mit einem Verteilerblock. Wie gesagt, die neuen sind ja alle in einem Teil drin und da ist innen drin sozusagen gebrückt, was der hier draußen hat. Da geht auch mein 16-Quadrat-Kabel ran, was unten von dem Potenzialausgleich kommt. Das kommt ja hier oben, hier oben kommt er drin, geht hier so an der Seite runter und geht dann hier wieder rein. Durch die Brücke konnte ich natürlich hier drüben nochmal ein 16-Quadrat-Kabel hochziehen und dann oben auf meine Schutzleiterschiene wieder. Dann habe ich sozusagen meine Schutzleiterschiene auch nochmal zusätzlich mit meinen tiefen Erder geerdet. Dann habe ich mir einen FI von eBay geholt, mit einem Duspo-Hyken schon durchgemessen. Also er funktioniert jedenfalls. Wie gesagt, muss der Elektriker nachher alles nochmal in Ruhe dann durchmessen. Da waren auch gleich die flexiblen Leitungen hier mit bei. Die sehen zwar optisch nicht mehr so schön aus, aber sind noch in Ordnung. Da sind oben Aderenthüsen, lange dran, damit man hier mit den zwei Schrauben schrauben kann. Und unten einfach normale. Das ist alles hier 6-Quadrat wieder, weil ich ja eben bloß mit 6-Quadrat komme und hier vorsichert habe mit 32 Ampere die Leitung. Also noch nicht, aber den mag ich noch. So, gut, dann gehe ich hier auf den FI mit den drei Leitern. Die muss ich aber noch kennen, seine 1, 2 und 3. Ja, das muss alles neu gemacht werden, ich bin noch nicht ganz fertig. Und der Nullleiter geht durch. Der Nullleiter geht dann hier unten lang und geht dann wieder hier hoch und geht dann hier oben auf meine Nullschiene. Das ist der Nullleiter, Neutralleiter oder was ich mir das nennt, der Blaue. So, hier unten habe ich eine Phasenschiene eingebaut. Das ist eine, die eine Aussparung hat für den Null. Die hat die Komme zugekriegt für den FI. Eine komplette Schiene. Habe dann einfach hier noch einen Haufen Automaten ran gesetzt. Ja, ich weiß, dass man normalerweise nur 6 ran machen darf. Aber ich brauche unbedingt noch die letzten zwei, deswegen habe ich hier aufgestockt. Dann ist es eben so, ja. Also ich mache das so, ja. Ihr könnt es ja anders machen. Wie gesagt, die hat hier eine Aussparung. Ich habe sie nochmal ordentlich beschriftet. Hier oben ist auch noch eine Beschrift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Warum 6, 6, 6? Mein Erdkabel, wenn ich da draußen gelegt habe, ist 5-Adrig. Da habe ich ja 3-Adern. 1, 2 und 3. Aber nur einen Nullleiter, der hier oben dran klemmt. Und einen an den Schutzleiter. Ja, weil das 5-Adrig hat ja bloß einen Nullleiter und einen Schutzleiter. Und der klemmt auf der 6. Deswegen, wenn man die aufmacht, sieht man genau, okay, hier die drei Kabelhörn zusammen und sind auf der 6 geklemmt. Der Nullleiter und der Schutzleiter. Wenn ich nachher beschriftet nach außen, ist natürlich hier 7 und 8 in Ohn da drauf. So, jedenfalls der Nullleiter geht hoch, hoch. Und dann kommen hier oben alle meine Kabel rein. Die kommen hier oben rein. Da habe ich dann sozusagen den Schutzleiter auf 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 gelegt. Und dann die anderen Kabel alle 1, 2, 3, 4, 5 und 6 gelegt. Habe hier noch ein paar Kabelbinder ran in die Tütschel, dass es ordentlich aussieht. Und bin eigentlich mit meiner Arbeit zufrieden. Bin ich gespannt, was der Elektriker sagt. Nochmal Info zu den Reihenklemmen hier oben. Da steht zwar 2,5 drauf, aber ich habe mir ein Datenblatt drunter angeguckt gehabt von WAGO. Und man darf da Kabel ran machen von 0,25 bis 4 Quadrat. Also bis dahin sind sie zu gelässig. Ich muss noch den Ebenen nochmal nachholen. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier für Kommentare kommen. Ob ich den Verteiler scheiße gebaut habe oder ob es okay ist. Oder ja, gut, ich schweife mir ab. Gut, dann kann ich ihn jetzt endlich zumachen. Und dann gucken wir mal draußen weiter, weil da habe ich auch schon gern Schnee rackert. Und dann zum Schluss gehen wir noch in den Keller, wo ich da meinen Verteilerkasten und alles für den Wechselrichter auch noch vorbereitet habe. So, weiter geht's. So, ich hatte das ja alles so geplant gehabt und habe gedacht, das Kabel hier ist meine Zuleitung. Nee, das war ja nicht meine Zuleitung. Meine Zuleitung liegt nämlich unter mir flastert. Das habe ich beim Baggern gemerkt, als ich das Kabel denn getroffen habe. Das ging nämlich nach hinten zum Garten. Das Ding ist tot. Gut, deswegen musste ich mir hier ein neues Kabel legen. Das ist jetzt das 5A, was ich erwähnt habe, was nach hinten geht. Und auch alles schön ordentlich mit Kabel gemacht. Das ist nur hier oberhalb bei dem Rohr ein bisschen höher. Sonst geht das auch wieder fast 80 tief, geht das lang. Und eben oberhalb ist dann hier das Band dann sozusagen gelegt, damit man sieht, okay, hier kommt irgendwo ein Kabel denn. Gut, falls noch Fragen sind wegen dem KG-Rohr, das ist meine Dachrinne. Das geht hier sozusagen lang, unter mein Gewächshaus lang und hinten raus. Das ist die Dachrinne, die sozusagen hier langläuft und dann hinten da durchgeht. Die Leiter steht da, weil wir über den letzten Platzregen sind übergelaufen. Da musste ich hier nochmal erstmal alles wieder sauber machen. Ja, ich weiß, sowas muss man eigentlich regelmäßig machen. Ist halt so, habe ich vergessen. Sieht man ja, wenn sie überläuft. Gut, dann haben wir hier, dann bin ich sozusagen hier komplett langgegangen. Bis hinten unter meine Terrasse und gehe dann sozusagen mit einem Kunststoffrohr, das habe ich mir Gott sei Dank damals gelegt, als ich alles gebaut habe. Ich habe dann ein 60er Kunststoffrohr verlegt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, vielleicht brauchst du nochmal Gartenwasser. Aber dadurch, dass wir einen extra Brunnen haben, haben wir das nicht gebraucht. Das war mein Glück. Dadurch konnte ich durch dieses Plastikrohr bis in meinen Keller die Kabel rinzziehen. So, deswegen gehen wir jetzt mal schnell in den Keller und dann zeige ich euch mal, wie es da unten weitergeht. So, jetzt sind wir in meinem Keller. Ihr seht schon, ich habe hier ein Vorwandelement gebaut, weil hier nachher der Hybridwechselrichter ran soll in dem Bereich. Und ich will jetzt euch mal genau zeigen, was ich hier jetzt gemacht habe. Das sieht nämlich ganz schön wild aus, aber das sind die ganzen Anschlüsse, die wir eigentlich brauchen. Gut, wir fangen mal an mit dem Kabel, was von der Garage kommt. Ihr seht, ja, alles schön. Im Kabelkanal, das obere Kabel ist jetzt zum Beispiel für die Unterverteilung für die Garage. Das ist 5x6², geht hier durch. Unten drunter ist das 4 Adria 6², was für die PV-Anlage ist. Und dann gehen wir mal hier weiter. Hier geht die Leitung weiter für eine Garage. Geht hier durch die Wand. Da habe ich ein Loch gemacht, da kommt das erstmal raus. Ihr seht schon, was da alles für Kabel liegt. Das muss alles noch nach oben gelegt werden. PV-String geht hier. Ich habe hier noch ein Leerrohr, weil ich ja noch einen zweiten String legen will. Und einen dritten für die Masten nachher. Die gehen hier sozusagen rein. Und die Strings gehen hier hoch in meinen Verteilerkasten. Der zeige ich euch gleich noch in Nahaufnahme. Der ist nur für die PV-Anlagen draußen. Hier sind so ein Gleichstromabschalter. Ich habe noch zwei bestellt. Zeige euch gleich in Nahaufnahme. Gehe hier hoch und gehe dann hier weiter. Hier habe ich noch ein paar Leerrohr. Erkläre ich euch auch gleich noch. Warum? Weil hier ja nachher noch das Batteriesystem hin muss. Jetzt rücke ich euch mal näher ran. Und zeige euch mal den Aufbau von den ganzen Verkabelungen hier. So, ich hoffe, ich kann das alles so ein bisschen einfangen. Wie gesagt, hier oben das Kabel ist die Garage. Das kommt dann durch. Hier ist das vierartige String-Kabel drin. Für unsere PV-Anlage von der Garage. Das geht hier hoch. Und geht hier schon drin. Das habe ich schon an einen Schalter angeklemmt. Da kommen aber noch zwei hier drin. Und der zweite ist ein Leerrohr für nachher für die Strings, für die meine Masten, die ich noch bauen will. Das habe ich erst einmal hier langgelegt und habe erst einmal aufgehört. Weil die andere Verkabelung ist wichtiger. Dann habe ich sozusagen nochmal drei Ausgänge von dem Kasten ausgemacht. String 1, String 2, String 3. Die kommen sozusagen hier an. String 1, 2 und 3. Dann haben wir hier vorne noch drei Leerrohre. Das ist eben mal Plus, Batterie, Minus-Batterie und noch ein Leerrohr, weil ich mir eingezogen habe, falls ich noch irgendwas brauche. Der BMS ist hier unten. Also um den Akku anzusteuern, das habe ich hier unten langgelegt. Das geht auch hier raus. Das ist hier. Dann haben wir hier noch zwei Leerrohre. Die zeige ich euch gleich. Die gehen hinten zum Sicherungskasten. Wir machen aber erst mal hier vorne weiter. Wir haben jetzt Batterie, Leerrohr und Strings. Dann haben wir hier noch ein Rohr, was hier hoch geht. Und auch durch die Wand. Und da kommen nachher unsere Messzangen für unseren Laderegler an den Hausanschlusskasten oben ran. Das muss man dann mit dem Zugdraht durchziehen und dann holt man sich das hier her. Das ist auch vorinstalliert. Dann habe ich hier drei mal 5, 5-artig 6 Quadratkabel. Genau. Das E mal Grid-Netzanschluss. Dann haben wir eben mal Notstrom. Ja, Notstrom. Das ist beim Laderegler der Strom, der fließen kann, auch wenn kein Netz da ist. Und dann haben wir hier noch mal einen Generatoranschluss. Die gehen alle da oben in den Verteilerkasten. Zeige ich euch gleich ganz genau. Und habe hier noch ein Erdungskabel. Da habe ich nämlich unten eine Potenzialschiene schon angebaut. Hier ist die Potenzialschiene. Wie gesagt, diese liegen alle noch lose rum. Das wird alles noch angeklemmt. Aber ich muss ja erst mal hier noch meinen Tiefenerde einbauen. Den habe ich schon da, 9 Meter. Da schneide ich mir das hier schön sauber auf, den Fußboden. Und stämme hier sozusagen in Tiefenerde drin. Und wenn jetzt wieder irgendjemand kommt, wieso machst du das im Keller? Ey, das ist ein Altbau. Das ist ein Altbau. Und das Haus wurde auf gestampften Lehmboden gebaut. Hier, wir haben hier keine Bodenplatte drin. Wir haben hier keine Sperrschicht drin. Wir haben nichts. Und ich habe mich mit Elektriker unterhalten. Das ist der kürzeste und beste Weg, den man machen kann. Wie gesagt, mein Haus ist nicht geerdet. Und ich habe genau das selbe Problem, wie ihr in der Garage habt. Also setze ich hier einen Tiefenerde, 9 Meter. Ungefähr bei der Sondierung, die wir gemacht haben, sind wir bei 6,50 bis 7 Meter im Grundwasserbereich. Also sollte der 9 Meter Tiefenerde definitiv auch gute Erde haben. Wird alles vom Elektriker noch durchgemessen und abgenommen. Den Elektriker muss ich aber erst mal finden, der das macht. Gut. Jetzt gehen wir weiter. Und zwar an den Sicherungskasten hier vorne. So, dann haben wir ja wieder hier unseren Grid. Also unseren Netzanschluss. unseren Notstrom und eben Generatorport. Jetzt kommen bestimmt wieder Kommentare, wieso hast du hier jetzt so eine Kabellose liegen. Ich hatte mir im Vorfeld schon, bevor der Laderegler hier war, der Hybridwechselrichter, habe ich mir schon mal Schaltpläne runtergeholt. Und da war eingezeichnet, dass man mit 3-Phasis schaltet. Jetzt als der Laderegler kam, habe ich auch die Bedienungsanleitung. Und da steht aber drinnen, ja, hier ist es, die Seite ist es, genau. Da steht drinnen, hier oben steht auch irgendwo für Germany, ja, dass man hier vierartig schalten soll. Hier sieht man, vierartig, 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 vierartig. Gut, okay, habe ich gesagt. Schön, schöne Scheiße, aber gut. Habe ich jetzt nachbestellt. Ich habe das schon vorverdrahtet. Wie gesagt, die kommen noch. Hier kommen vierartige Schalter hin. Der Generatorport, den habe ich erstmal bloß mit einem Schalter und hier den Klemmen gesetzt. Damit der erstmal sicher ist. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich den nutze. Aber ich habe hier auch die Spillairrohre. Sieht man die? Die Spillairrohre, die hinten rauskommen, dass ich zur Not das alles noch nachziehen könnte. Gut, also wir haben jetzt hier den Netzanschluss. Der geht sozusagen über den Schalter, über den Verteilerblock hier oben. Habe dann hier mit Schlaufen, damit man mit der Messzange hier rein gehen kann und messen kann. Das habe ich mal in irgendeinem Video gesehen, dass die das so gemacht haben. Fand ich cool. Mach ich auch so. Und geht dann hier oben mit diesem Kabel sozusagen wieder durch die Wand und dann da hinten, wo die ganze Kabel gedünnt ist, aus. Hier daneben ist das Notstromkabel. Das klemmt sozusagen hier drauf. Dann haben wir hier oben nochmal einen Schutzleiter. Das ist sozusagen vom Potenzialausgleich die Erdung, die hier auf den Schutzleiter geht. Und dieser Schutzleiter ist auch komplett angeklemmt. Eben wir hier auf den Schutzleiter drauf, von hier auf den Schutzleiter drauf und hier haben wir auch noch einen Schutzleiter drauf. Und das ist sozusagen mein Anschlusskasten für den Wechselrichter, damit ich alles ausschalten kann. Wie gesagt, hier kommen nochmal vier Phasischalter drin. Die drei Phasen sind über. Toll, schöne Scheiße. Laut Handbuch steht auch drin, 32 Ampere absichern. Eigentlich kann man auch mit irgendwas mit 63 Ampere gelesen, aber mein Hausanschluss ist eh bloß mit 35 Ampere abgesichert. Deswegen habe ich gesagt, gut, machen wir 32 Ampere, das reicht auch aus. Gut. Das wäre ich also noch ordentlich verkabeln hier und dann ist es schick. Ja, jetzt seht ihr auch schon, dass der Kasten eigentlich ein Aufputzkasten ist. Da könnten sich jetzt einige Elektroer aufregen. Brandschutz und mäßig und so was. Ist mir ja, ich habe den Kasten da gehabt. Wenn der Deckel nachher raufkommt, ist es ja wieder an der Seite hier geschützt, außer die alten, wie gesagt, er es hier braucht. Außer eben hier die alten Ausschnitte, die sind dann eben offen. Muss ich mal gucken, ob ich die noch zumache. Aber eben, das Ding kommt ja nachher hier so drin. Das ist auch so gebaut, dass es drin passt. Das ist falsch, okay. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ja. So, dann habe ich hier noch ein Leerrohr. Das kommt unten auch von der Potentialausdrehschiene, weil das ist das 16 Quadrat. Das ist noch nicht da. Was auch noch hoch zum Anschlusskasten geht. Also der Hauptanschlusskasten vom Haus. So. Das war eigentlich alles gewesen hier unten. Dann kann ich ja endlich alle zupflastern, weil ich wollte... Ach nee, ich muss noch was anderes zeigen. Und zwar, so, der Wechselrichter kommt sozusagen an diesen Balken hier angeschraubt. Das sind zwei Stück, die hier sozusagen an diesem Schwerlastregalsystem da an Gala irgendwie angeschraubt sind. Das ist sozusagen die Hauptbefestigung für den Wechselrichter. Dann sind hier sozusagen, hier ist so ein Kandholz drin und hier unten ist nochmal ein Kandholz drin. Und das obere Kandholz liegt sozusagen auf dem Regal drauf, ist verschraubt. Und das untere Kandholz ist von unten nochmal verschraubt. Damit die Hebelwirkung von dem Wechselrichter nachher nicht so doll ist. Zusätzlich habe ich noch hier unten nochmal zusätzliche Winkel eingebaut. Auf beiden Seiten. Damit hier keine Schwingungen entstehen. Und habe, ich weiß nicht, ob es im Video rüberkommt, hier noch zusätzlich Bitumkleber... Äh, Bitum... Ja, wie sagt man, Schallschutzmatten angebaut. Die eigentlich im Karosseriebereich genommen werden. Ich habe es einfach an das Holz reinmacht, damit es nicht so ein doller Resonanzraum wird. Ich kann ja hier keine Wollerin stoppen im Keller, weil die fängt an, dann irgendwann feucht zu werden. Und dann fängt es an zu muckern. Wie gesagt, das ganze Ständerwerk wird auch noch hinterlüftet. Wie gesagt, wir sind hier im Keller. Der hat immer eine Grundfeuchtigkeit. Ist halt ein Altbau. Und das sind zum Beispiel hier noch für ein Generatorport, das Leerrohr. Und ich habe noch eben zusätzlich hier, was hier rauskommt, falls ich nochmal irgendwas durchziehen muss. Da muss ich nicht den ganzen Kasten nochmal aufsägen, sondern das ist alles sozusagen vorinstalliert. So, habe ich jetzt alles erwähnt? Ja, wie gesagt, jetzt habe ich ja endlich die Platte für den Wechselrichter da. Konnte mir das endlich auf Maß bringen. Der kommt dann nachher hier so dran. Also ungefähr. Und dann haben wir hier unten die Kabel. Die gehen dann direkt drin. Ich habe das so gewählt, erstmal um den Abstand nach oben zu kriegen. Also ich habe hier einen ziemlich kleinen Keller. Und man soll ja bestimmte Mindestmaße einhalten. 50 nach rechts, 50 nach links, 50 nach oben. Und mindestens 50 auch nach unten. Und einen Meter nach vorne Platz. Ja, wenn ihr ganz genau hinschaut, der Ladereger kommt ungefähr bis hier. Ich habe hier die 50 nicht. Aber dadurch, dass es ein schräg ist, geht man davon aus, dass es in Ordnung ist. Und es geht nicht anders. Ich kann die nicht auf die Erde setzen, weil dann halt die unten die 50 nicht mehr ein. Also das kommt so ran. Und falls ihr die Maße braucht, wie das Ding hier ist, Lochabstand und sowas, könnte ich vielleicht auch nochmal beim Anbau Video nochmal die Maße im nächsten Teil zeigen. Weil ich habe das ja auch alles vorher gebaut. Aber ich habe diese Maße hier nicht gehabt. Ich habe das Maße nicht gehabt. Ich habe das Maße nicht gehabt. Das ist ja alles gar nicht in der Zeichnung drin. Gut. Jetzt kann ich endlich alles zupflastern, weil ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich es gemacht habe. Es ist ein bisschen verwirrend mit den ganzen Kabel. Aber ich habe mir auch große Mühe gegeben, alles schön ordentlich zu fixieren. Ja, das Ehre hier geht nicht, weil ich es nochmal nachträglich drin geschmissen habe. Aber eben ist okay, ja. Und auch die hier, da werden wir mit Kabel vielleicht nochmal hier fixieren und dann ist es schick. Und wenn ich mir das dann noch angucke, dann wird mir noch richtig schlecht, wie gesagt. Diese ganzen Kabel, die werden ja noch gekürzt, die sind ja leider überlänger. Die müssen dann sozusagen da nach oben. Ja, die Kabel liegen jetzt momentan hier unten. Und die müssen dann hier an unseren Sicherungsschrank ran. Ja, also da wurde mir auch teilweise ziemlich schlecht, als ich da reingeguckt habe. Das kommt auch beim nächsten Teil. Ich habe mir gedacht, hier anarbeiten, das muss ein Elektriker machen. Das darf ich nicht. Aber eben, mir wurde richtig schlecht, als ich gesehen habe, wie hier irgendeine die Verkabelung aussieht. Das ist aber ein anderes Thema. Willkommen im nächsten Teil. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal noch weitermachen. Ich kann jetzt den Kasten unten im Keller zubauen. Hier kommt nachher so ein Betonstein drauf, damit man hier an diesen Erdspieß vielleicht nochmal ran kann. Das zeigt mir so jedenfalls, wie ich dachte. Oder ich werde ihn einbetonieren. Ich könnte auch mal Kommentare geben, was ihr da machen würdet. Nach der Messung natürlich, ja. Wie gesagt, ich muss noch messen. Achso, Erdspieß. Habe ich hier schon den neuen. Schwer. Das sind erstmal fünf Meter. Und da in der Kiste sind nochmal vier Meter drüber. Ja, vier Meter war nicht. Ich habe aber für den Keller einen Meter Erdspieß genommen, V4A, weil ich sonst mit dem Stemmhammer nicht oben hochkomme. Der Keller ist nämlich ganz schön flach. Ja, 550 Euro. Und hier sind nochmal 550 Euro versenkt. Das ist ja auch ein Erdspieß, aber der war auf 1,50 Meter, weil ich hier draußen habe ich Platz hier habt. Kostet alles Geld. Gut. Jetzt rennen in den Kommentaren, was ihr jetzt ja von der bis jetzt hier in Elektrik haltet oder nicht. Ganz wichtig, seht dieses Video nicht als Anleitung, wie man es macht, sondern eher als Unterhaltung. Wie gesagt, ich muss dafür selber gerade stehen. Wenn ihr das nachmacht, das macht auch eure eigene Gefahr. Ich bin da raus. Wie gesagt, das ist nur ein Unterhaltungsvideo. Und eben, dass die Super-Elektriker wieder ihre negativen Kommentare in der Videobeschreibung reinhauen können. Alter, das ist total verkehrt. Und dann und sie und da. Ist halt so. Ja, das gibt immer welche, die das alles besser wissen. Und ich freue mich aber auf die Kommentare von den Elektrikern, die sagen, Alter, das sieht gut aus, das hast du gut gemacht. Für einer, der keine Ahnung hat. Und ich muss dazu sagen, seitdem ich mich mit dieser Solaranlage befasse, bin ich intensiv an Sachen und versuche, mich da einzulesen. Und nicht bei Wikipedia, sondern wirklich in Fachmagazinen, auf Fachseiten und eben auch bei YouTube. Gibt es ja auch einige Elektriker, die wirklich Tipps und Tricks geben. Und immer sagen, mach das bitte nicht nach. Fachpersonal braucht man dafür. Ist halt so. Aber ich mache das eben hier bei mir selber. Aber eben beim Hauptanschlusskasten, da muss ich mir dann Elektriker holen. Und da zeige ich euch dann, wie das aussieht, wenn das nachher fertig ist. Ein Vorher- und Nachher-Bild. Gut. Jetzt wartet mit dem Video gewesen. Ich muss jetzt weitermachen. Unten den Kasten zu pflastern. Alles stabilisieren. Den Wechselrichter anbauen. Vorklemmen. Dann kommen hier noch die restlichen Panels um auf dem Dach. Ja, ihr seht, hier ist auch kaputt. Muss ich auch neu machen. Und Verkabelung auch hier fertig machen. Aber das wird erst alle gern zum Schluss gemacht. Weil ich will erst alles andere fertig haben. Gut. Danke, dass ihr immer noch zuschaut. Vergesst den Daumen jetzt hoch nicht. Wenn ihr jetzt noch guckt. Und Abo-Button könnt ihr auch drücken, wenn euch das interessiert. Wegen Solaranlage. Also eigentlich ist es ja PV-Anlage. Ich sage immer Solaranlage. Ich weiß, ja, bla bla bla. Und dann werde ich, wenn ich die Anlage in Betrieb habe, die Akkus von meiner Inselanlage rüberholen. Aber ich habe ja zwei verschiedene Akkus. Ich werde wahrscheinlich einen Akku verkaufen. Und mir nochmal von dem anderen Akku einen nachholen. Und den Wechselrichter, den ich da hinten habe. Ihr müsst ja mal ein Video angucken. Da oben, da seht ihr ja, was ich da habe. Im ersten Teil den Wechselrichter und die Batterie. Die werde ich demnächst dann zum Verkauf anbieten. Also wer Interesse hat, aber bitte versucht, das abzuholen. Gut, okay, ich schweife mich ab. Schaut euch jetzt ein neues Video an. Ich sage schon mal Danke und bis zum nächsten Video. Cheers. Tschüss. Vielen Dank.